so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die oder spiegelt gar nicht mal krass ein bisschen die elmonstro von fuhrwerk total aus der dezibel serie wir haben hier vier kleine röhrchen jeweils mit moment mal ist dies illegal sollte ein single shot nicht maximal 20 gramm haben naja egal die elmonstro von fuhrwerk total genau sind ist eine neuheit für dieses jahr bin ich mir aber nicht ganz sicher möchte ich jetzt meine hand nicht ins feuer legen sind neue so wie ich gesehen habe sortenreine blinker bombenrohre richtig geil auf 30 millimeter richtig dicke aus schießt wir können noch mal schnell drauf gucken tatsächlich hier steht es auch noch mal 22 gramm kommt mir ein bisschen sass rüber ich glaube das waren doch nur 20 gramm erlaubt aber egal wir wollen ja jetzt nicht rummeckern wir haben sie ja jetzt in der hand und wir gucken die uns jetzt mal an wie die aussehen die elmonstro von fuhrwerk total let's go und da haben wir schon da ist der erste elmonstro den werden wir jetzt gleich mal zünden auf jeden fall sehr gespannt 30 millimeter blinker schon sehr gespannt alter 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 das sind die geil wirklich jetzt noch zwei auf schlag doch komm ich habe jetzt so unsinnematisch schön anfangen gemacht nach kommt wind können ja du musst den auch anbekommen ja klar ach so ist wie sollen jetzt ja ich habe ich nicht gesagt das hast du nicht gesagt aber mir kannst du noch ein bisschen warten okay das video geht schon eine minute es ist nichts passiert okay jetzt die zeit hätte ich auch noch gehabt die leute tut mir leid ich bin der schlechteste kameramann und anzünder der welt aber ihr habt euch ja entschieden den kabal zu abonnieren ach das ist doch alles mobbing aber passt mal auf leute es sind die geilsten single shots die ich in diesem jahr gezündet habe die sind so so geil kauft euch die und 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 und